Ja, dann starte ich meinen Stream auf jeden Fall, ja, 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 autonomes Fahren, ja, ganz geil. Ich will selber fahren. Nein, du darfst nicht fahren. Warum nicht? Weil du ein asozialer Drecksack bist, was? Äh, sorry, äh, Entschuldigung, äh, ja, streicht es aus dem, äh, Entschuldigung für die Aussage gerade. Es tut mir leid, nicht denjenigen, wo das zugestanden war. Ja. Alter, der Stock bei mir richtig, Junge. Ja, ich hab's gewusst, dass ein Neuer mehr Licht, äh, ja, eigentlich hab's nicht gewusst, aber gut. Was denn? Äh, einmal Ghostritter erschießen. Warum? Ja, das ist ein autonomes Waffensystem ist eingebaut. Gar nicht. Ja, klar, Digga, aber sowas von. Du trägst gleich in den Kaufschuss, Kaufschuss. Das ist eine Lüge. Nein, ich geh jetzt raus, bitte. Ach du Scheiße, okay, okay, okay. Autonomes Fahren, alles wird gut, alles wird gut. Ich will nur da hoch. Verstanden. Das sind sowieso keine Waffensysteme. Das sind sowieso keine Waffensysteme. Das hat eh keine Bewaffnung von wegen. Gute Waffensysteme werden hochgefahren. Alternative Fahrroute wird berechnet. Waffensysteme hochgefahren. Gute Waffensysteme. Helle Ahnung. Gute Waffensysteme. Helle Ahnung. Waffensysteme auf höchste Alarmbereitschaft getrimmt. Waffensysteme auf höchste Alarmbereitschaft getrimmt. Waffensysteme ruhig. Waffensysteme auf höchste Alarmbereitschaft getrimmt. Ihre Gefahrt getrimmt ist in Ordnung. Ja, danke schön. Schön, check. Waffensysteme auf höchste Alarmbereitschaft getrimmt. Rechtsmodus, wenn wir aus dem Gefahrt systeme nicht getrimmt. Stattdatenmodus, Waffensysteme sind vollkommen. Waffensysteme sind vollkommen. Waffensysteme sind vollkommen. Waffensysteme sind vollkommen. mit Artikeln. Ein Fussbüro ist aktiviert. Sie können erst jeder eine Kantevorgaben-Sitzposition eingeben. Als Fussbüro ist aktiviert. Dann hat es eine andere Fussbüro bezeichnet. In der Wiesbüro ist sie wohl um die Kantevorgabe. Durch die Fussbüro ist die Fussbüro ist gesät. Es ist ein Fussbüro ist eine Fussbüro ist. Es ist ein Fussbüro ist ein Fussbüro. Es ist ein Fussbüro ist ein Fussbüro ist ein Fussbüro. Das ist ein Schiff. Ihr seid angekommen. Bitte passen Sie auf sich auf. Ich wünschte Ihnen noch einen schönen Tag. Wenn Sie mich nochmal können, rufen Sie mich einfach über Ihr Telefon. Auf die Dessert. Danke. Geht es jetzt eigentlich oder nicht? Ach du heilige. Die ist ja mit dem Bad Schad eingerichtet. Ich krieg's kratzen. Entweder ich muss es nur einstellen. Weil das ist nicht aufgelistet. Voll scheiße. Ja, ich sag mal Bescheid, ob du ein Dispatch bekommen hast. Was jetzt? Und jetzt? Scheiße. Dann ist es Dispatch ausschalten. Aber woran... Ach, Gott. Vielen Dank.